Werder Bremen Ja, Justin natürlich wieder mit dem Tor, wie kann es anders sein, aber ansonsten, und da mache ich natürlich jetzt mal eine schöne Breitseite auf, kein Wunder, wenn Pavlenka im Tor steht, da gewinnst du nicht mal das Testspiel, und ja, was sagst du dazu? Ja, morgen, lieber Jürgen, morgen, lieber Sepp, ja, was ich dazu sage, was mir sofort einfällt, worüber wir hier sofort sprechen sollten, das Thema brennt mir unter den Nägeln. Das Interview nach dem Spiel mit Ole Werner, ganz, ganz wichtig, es kommt sofort Spannung hier in unserem Punkt, das sofort am Anfang, in der ersten Minute. Frage, wer ist die klare Nummer eins im Tor von Werder Bremen? Beantwortet Ole Werner nicht, ich betone es nochmal, nicht mit Jürgen Pavlenka, dass es die klare Nummer eins ist, er hat gesagt, dass City in den letzten Spielen gut gespielt hat, dass es jetzt in Anführungsstrichen offener Kampf ist, und dass sich das Blatt dann doch gewendet hat, darüber müssen wir jetzt diskutieren. Also sonst stand ja überall immer Pavlenka, die klare Nummer eins, aber wenn der Trainer das noch niemals im Interview nach dem Spiel bestätigt, dann glaube ich doch echt, dass er City eine Chance hat, nächste Woche Samstag gegen den Tabellenführer Leverkusen von Anfang anzuspielen. Also ich kann mir das bei Ole Werner ehrlich gesagt nicht vorstellen, ganz ehrlich nicht, auch wenn ich ja gesagt habe, dass es für unser Spiel etc. etc. besser wäre, das muss man jetzt nicht noch ein bisschen merken für den Nächsten, wenn wir öfters mal vielleicht neu über ihn sprechen, aber ich weiß auch nicht, warum man die Baustelle aufmacht, wenn er sie vorher nicht aufgemacht hat oder nicht zumacht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin jetzt der Meinung nach den Spielen, dass es jetzt für die Spielweise für uns vorteilhaft ist, jetzt nicht rein wegen der Torwartleistung, aber wegen der Eröffnung von hinten heraus. Und ja, das müssen wir mal sehen. Ich denke, wir werden einfach Probleme haben, die Punkte zu holen mit Pavlenka. Wie gesagt, mir geht es jetzt nicht so stark über die Torwartleistung, aber man sieht halt schon, wird jetzt alles auch, war ja auch wieder Mitgliederversammlung, wird auch gesagt, der Ole Werner, der entwickelt das weiter. Ja, und hin und her. Ich bin ehrlich gesagt da gar nicht jetzt so der Meinung. Der hat jetzt mal ein bisschen defensiver gespielt. Okay, das ist jetzt für mich keine direkte Weiterentwicklung, sondern einfach nur mal eine vernünftige Maßnahme. Wir haben aber auch schon nach ein paar Spieltagen darüber gesprochen. Klingt jetzt wirklich ein bisschen sehr viel, aber ich will es extra nochmal sagen, für mich ist das mit dem Torwart halt schon eine relativ wichtige Geschichte, weil er halt, du hast es ja selber live im Stadion gesehen, halt diese guten Aufbaupässe da teilweise schlägt und vor allen Dingen auch halt flache Dinger. Ja, deshalb bin ich natürlich definitiv deiner Meinung, gerade wegen des Aufbauspiels auch, nur es ist halt merkwürdig und deshalb darauf müssen wir nochmal zu sprechen kommen. Überall in der Presse stand immer und Ole Werner hat immer gesagt, Pavlenka ist für mich die klare Nummer eins, aber wenn das so klar ist, dann stelle ich mich doch auch in den Interviewen nach dem Rostock-Spiel hin und sage das nochmal. Es muss ja einen Grund haben, dass er es nicht gesagt hat, weil es ist ja das Einfachste der Welt dann zu sagen, ja ist egal, was passiert ist, aber Pavlenka ist weiter unsere Nummer eins. Aber das verweigert er, diese Aussage verweigert er in diesem Interview und deshalb, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt ganz klar die Nummer eins ist, weil dann hätte es ja Ole Werner ja gesagt, meiner Meinung nach. Also mich hat es jetzt auch gewundert, wie gesagt, aber dadurch, dass da im Endeffekt relativ wenig wechselt halt Ole Werner, würde es mich halt wundern, ja und Leverkusen ist natürlich auch jetzt ein schwieriges Spiel, sagen wir mal so, da könnte einiges los sein, also kann spannend sein, ja, mal gucken. Diskussionen sind, glaube ich, relativ viele, auch in den Foren und so weiter und so fort, darüber Lager so ein bisschen gespalten. Ich habe jetzt ja mein Statement da schon ein paar Mal gesagt, dass es relativ wichtig wäre für die Art und Weise, wie wir jetzt spielen und unsere Probleme, die wir auch haben, dass man vielleicht über die Spielstärke des Torbots geht, aber wir werden sehen, was jetzt nochmal kommt. Ich lehne mich jetzt halt aus dem Fenster, dass wir, glaube ich, wenn Pavlenka jetzt die letzten Spiele spielt, bis zum Jahresende auch wirklich Probleme haben werden, mit der Taktik quasi, ja, ein Aufbauspiel vernünftig hinzubekommen. Ich halte trotz der Tatsachen, dass wir auch wieder einige Aktionen hatten durch lange Bälle, halte es aber jetzt nicht für zielführend, dass wir immer nur die Dinger rausschlagen, weil Dux und Bore halt einfach nicht die absoluten Kopfball-Spezialisten sind. Auch wenn ich natürlich Bore immer außen vor nehmen muss, hätte ich schon zwei Kopfball-Tore, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesagt. Ja, klar. Ja, aber jetzt gut, lass uns mal ganz kurz nochmal was anderes aufmachen, weil die, die war jetzt ja auch Nationalmannschaft, nicht, mit Marvin Dux, Premiere, ich glaube 82, 83. Minute da rein, da gibt es ja auch noch eine Anekdote, kannst du gleich auch nochmal erzählen, also die hässlichen Vögel wieder vereint und was ich genau sagen würde, hast du eigentlich gesehen, wie der Völkuck in der einen Szene, der war ja so 60. Minute, vielleicht war es auch 50. Minute, in der Luft einmal stand, das war ja wie Air Jordan hier, ja, also das war wirklich, deswegen eine kurze Überleitung, das war wirklich kopfballmäßig schon was, der war ja gefühlt höher gesprungen als der Körper des Gegenspielers, auch wenn die Nationalmannschaft hier wenig auf Reihe bekommen hat, insgesamt, aber die Szene ist mir auf jeden Fall nochmal im Hinterkopf geblieben. Ja, das war schon echt grandios, das muss ich ehrlich sagen, und das war ja fast, war das überhaupt mit einem Lauf, ich glaube, das war fast aus dem Stand, ne? Ja, ein, zwei Schritten, ja. Ja, mit einem, also das war schon wirklich grandios, ja, und wie gesagt, man hat ihn 90 Minuten lang nicht gesehen, machte mal wieder das Tor, eine super Quote in der Nationalmannschaft, ne, 13 Spiele, 11 Tore, irgendwie sowas, ja, das ist schon richtig, richtig stark. Ja, die Anekdote zu Duxch, die ich natürlich jedem Werder-Fan erzählen muss, ja, der ist wohl beim DFB doch noch immer unbekannt, obwohl er nominiert wurde, weil auf der Anzeigetafel wurde sein Name falsch geschrieben, was natürlich echt peinlich ist, weil Duxch wird ja mit Zecker geschrieben, aber auf der Anzeigetafel stand das nur mit normalem K, und das ist schon echt blamabel für den DFB, dass man immer den Namen vernünftig schreibt, also eine witzige Anekdote, ja, weiß nicht, 82. Minute kam er rein, also irgendwie mit Nachspielzeit hat er zehn bis zwölf Minuten gespielt, hatte nicht gerade viele Ballkontakte, muss man ganz ehrlich sagen, aber wie hat es Frank Baumann gestern auf der Mitgliedstaatversammlung gesagt, aus den zwei hässlichen Vögeln hätte man nie gesagt, dass es mal zwei schöne Adler werden, ein schöner Spruch von Frank Baumann auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen, jetzt sind die beiden da vereint, und Sepp, viele Dortmunder sagen mir hier in meinem Wohnort, dass die auch bald beim BVB vereint sein werden, dass der Duxch Ende der Saison auch zum BVB geht, damit die hässlichen Vögel wieder zusammenspielen, das lassen wir jetzt mal so offen im Raum stehen, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, das ist eine Zukunftsmusik, aber wie gesagt, Duxch Nationalspieler wieder für Werder Bremen, kann der Verein Werder Bremen auf jeden Fall stolz drauf sein. Ja, und es ist auch interessant, wie das jetzt beim nächsten Länderspiel ist, vielleicht fängt er auch mal von Anfang an, ich muss auch sagen, Länderspiel, da fehlt ja wirklich auch alles, also das hat mich wieder an Werder Bremen erinnert, auch an die Abwehr, und ich glaube, um das mal ganz kurz nochmal eine kleine Schleife zu drehen, der sollte tun, ist dahingehender Nagelsmann und mehr Spieler auf den Platz stellen, die halt, sagen wir mal, einmal Vollgas geben und nicht immer mit angezogener Handbremse spielen und diese ganzen Reihen, ja, Schönspieler, Gnabry, Sané, Havertz, Julian Brandt und all das ganze Zeug, da sollte man sich auch wieder beschränken, weil die Nationalmannschaft war jetzt für mich so ein bisschen wie bei uns, wenn Mitchell Weiser seine Freiheiten hat, nach vorne super, sie jetzt sozusagen Sané auch mit der Vorbereitung zum Tor, aber nach hinten ist dann halt wieder alles offen und man kann mit der Abwehr, wo, glaube ich, fast bis auf Rüdiger, hier kannst du noch ein bisschen ausklammern, aber sonst keiner in der Abwehr irgendwie eine internationale Klasse hat, kannst du halt einfach nicht so spielen mit so tausend Freigeistern, und auch Kimmich im Mittelfeld würde ich gar nicht mehr spielen lassen, sondern lieber irgendwie so Pascal Groß, einfach ein reiner Malocher und nicht der Kimmich, der ist ja auch kein Sechser, der will nämlich lieber immer irgendwelche schönen Schnittstellenpässe spielen, also die Nationalmannschaft ist wirklich ganz schön verhunzt da auch durch die Jogi Löw Jahre, da erwarte ich ehrlich gesagt nicht so viel, es sei denn, du schmeißt die ganzen Spieler da alle raus und holst wieder die Leute wie 2002, wo einfach nur keiner Fußball spielen konnte, aber die sind wenigstens gelaufen ohne Ende, aber das ist jetzt mal so eine kleine Nebenbemerkung, vielleicht zeigen die ja auch jetzt ein besseres Bild gegen Rüstereich. Ja, weiß ich nicht, also Sepp, was das Thema angeht, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da möchte ich nicht lang und breit drüber reden, weil das geht, das Thema für mich, Samstag war Samstag eigentlich sportlich, für mich war es ein komplettes politisches Thema und deshalb möchte ich auf diese Sache überhaupt gar nicht mehr eingehen, ich will nur einen Satz dazu sagen, dann lasst uns bitte ganz schnell das Thema wechseln, ansonsten muss ich hier gleich eine Stunde einen Monolog halten, wie ich mich gefühlt habe, es kann nicht sein, dass die deutsche Nationalmannschaft im eigenen Stadion ausgefügt wird. Das war für mich ein politisches Thema und das sportliche Thema ist an diesen Abend für mich ganz, ganz, ganz weit im Hintergrund geraten und deshalb lasst uns bitte ganz schnell das Thema wechseln, ich mache sofort ein neues Thema auf hier. Sepp, Werder U23, nur fünfte Liga, aber in 15 Spielen 100 Tore, das müssen wir hier natürlich erwähnen, dass das natürlich, ja, ihr sagt alle, das ist nur die fünfte Liga, aber trotzdem muss man erstmal in 15 Spielen 100 Tore schießen und deshalb Chapeau, Chapeau an Christian Brandt und seine Truppe, auch wenn sie in Anführungsstrichen nur fünf Punkte Vorsprung haben auf dem Tabellenzweiten, auf Bremerhaven, aber wie gesagt, ganz großes Tennis, Sepp, vielleicht von dir auch nochmal zwei, drei Sätze dazu, man muss erstmal in 100, man muss erstmal 100 Tore schießen, oder? Genau, und du hast gesagt fünf, das hat sich ja noch verbessert, wir sind ja auf acht gestiegen, wir hatten da, glaube ich, mal vor dem Spieltag das nochmal geschrieben, das war interessant, aber Bremerhaven hatte dann selber noch sein Spiel verloren und, ja, wie du sagst, wir sind auf 105 Tore gekommen mittlerweile und dass man, glaube ich, den Tabellen dritten zu dem damaligen Zeitpunkt mal 11-0 schlägt, das ist mal eine Hausmarke und, ja, sieht ja jetzt ganz gut aus, ich muss gerade mal auch selber schauen, ich glaube, das ist jetzt genau, Hinrunde quasi durch, 15, sind 16er Gruppe, 15 Spieltage, ja, ja, also, ist nicht so schlecht, nur elf Gegentore, kann man mit leben, das ist ein vernünftiger Punkteschnitt, ich mache mal ganz kurz noch eine kleine Anekdote, ich habe nämlich bei uns auch mal unsere Website wieder aktualisiert mit unserem Punktedurchschnitt, der ist natürlich jetzt für die elf Spieltage bei einem Punkt, sehr interessant ist es auch für die 34 Spiele am Stück, also nur Bundesliga, also mit der anderen Saison und also elf Spiele jetzt und dann sozusagen die restlichen, da sind wir nämlich auch bei einem Punkt, nur in der Jahrestabelle schaffen wir es nicht, da sind wir bei 0,866 und dann habe ich mir jetzt mal die letzten drei Saisons angeguckt, wenn wir mit einem Punkt, also mit 34 Punkten zum Ende der Saison wären, dann wären wir jetzt dreimal hintereinander knapp über dem richtig großen Strich gewesen und wären drin geblieben, also man sieht, mit fast 34 Punkten kannst du es doch öfter schaffen, also bleibt interessant bei Werder. Ja und jetzt nächstes Thema mache ich auf, Sepp, Mitgliederversammlung, da wurde ja gestern Ole Werner für die Entwicklung gelobt von Frank Baumann, wir hatten nochmal einen Superspruch von Frank Baumann über Niklas Wühlkrog und Marvin Dux, dass das wohl mit die besten Verpflichtungen war, seitdem er Geschäftsführer ist, hat er gesagt, aber Sepp, dein Blut fließt grün-weiß durch deine Adern, mein Blut fließt grün-weiß durch die Adern, ist es nicht enttäuschend, dass zu einer Mitgliederversammlung von unserem heiß geliebten Verein nur 199 Gäste in Anführungsstrichen anwesend sind, ist das nicht beschämend? Und zweite Anekdote sofort hinterher, Sepp, ist es nicht beschämend, dass noch nicht mehr als die Profimannschaft vor Ort ist, wenn eine Jahreshauptversammlung ist? Es waren schon wieder zwei Dinge, wo ich gedacht habe, was ist nur mit diesem Verein los? 199 Anwesende, Sepp, und nicht die Profimannschaft da. Was ist deine Meinung dazu? Sehe ich das nur wieder so schwarz oder teilst du die Meinung mit mir? Ja, also die Aussage, ich glaube, es war dann in der Deichstube, dass die Profimannschaft dann aus regenerativen Gründen oder wegen verlängertem Wochenende, wahrscheinlich wegen überragender Leistung, überspitzt formuliert, dann da wieder frei bekommt, ist es ganz schwierig. Also ich habe es selbst bei Amateurvereinen nicht gesehen, dass dann bei einer Weihnachtsfeier ist mal was anderes oder so oder bei so einer Mitgliederversammlung. Es gibt auch bei Mitgliederversammlungen, ich war ja zum Beispiel mal beim Bonner SC involviert so ein bisschen, aber auch, dass die Mannschaft halt da ist. Und wenn es jetzt halt natürlich nur ein paar sind, also es gibt ja zwei Punkte. Jetzt kannst du natürlich sagen, Jahreshauptversammlung ist ein bisschen blöd, weil Länderspielpause ist. Dann fragst du dich ja erstmal, das weißt du ja auch, am Terminkalender wird ja nicht eine Woche vorher veröffentlicht. Also du kannst es auch mal verschieben, ein Punkt. Und das andere ist, dann sollten wirklich die, die da sind, und das waren ja auch genug da, auf jeden Fall da mal präsent sein und zumindestens mal eine Stunde oder so. Also immer das freizugeben, ich weiß es nicht, aber die kriegen ja auch immer am Montag, sei mal, frei. Wie gesagt, ich halte persönlich nichts davon, weil wir sind ja auch jetzt gerade nicht so wirklich durch mit unserem Ein-Punkte-Schnitt, auch wenn ich jetzt gesagt habe, in den letzten drei Saisons wird es noch klappen. Aber man merkt ja, dass, ich glaube, es gibt auch wieder Themen, ein bisschen so um den Investor, strategischer Partner möchte man suchen. Dann gibt es schon wieder die ersten kritische Töne und so weiter und so fort. Wir kommen halt nicht aus dem Sumpf da raus, wenn wir immer nur so kleinbürgerliche Politik machen wollen. Wir haben das ja alle schon dreimal durchgekaut. Der Verein will sich, glaube ich, hier auch nicht richtig entwickeln. und du musst es ja aber auch irgendwie tun in dem großen Umfeld, ist halt leider so. Und wir haben ja auch dann jetzt ein negatives Geschäftsjahresabschluss gehabt, zumindest was jetzt die Saison angeht, mit knapp vier Millionen Minus. Da muss man sagen, hatte ich gerade noch mal gelesen, dass sogar dann die Transfers von Fabio und Yannick Engelhardt sogar noch mit reingeflossen sind. Also das war sogar noch wichtig, dass sie sozusagen frühzeitig gewechselt sind, sodass sie noch da reingekommen sind. Und die großen Gelder, wie jetzt Füllguck oder so, die kommen jetzt in die laufende Spielzeit. Aber da wundert es mich dann auch nicht, dass wir natürlich auch da ein Problem mit der DFL haben, weil mit minus vier Millionen ist es natürlich nicht so gut, dass man da schon wieder Verluste schreibt. Aber gut, ich glaube, die Perspektive jetzt für die laufende Saison ist finanziell zumindest recht gut. Ja, aber wie gesagt, mir fehlt noch ein Kommentar von dir, Sack, oder ich habe dir nicht richtig zugehört. Das bezweifle ich jetzt aber. Ich höre dir immer zu 99,9 Prozent gut zu. Sag noch was zu den 199 anwesenden Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung, bitte. Ja, ich habe es nur durch die Blume gesagt. Ich bin ja voll bei dir. Ja, es ist einfach zu wenig und da kommt ja keine Reibung auf. Also wie gesagt, man will sich da mit kritischen Themen auch nicht auseinandersetzen. Wir hatten diese lange Diskussion ja auch zu Bode-Veranstaltungen. Da wird ja auch nichts gesagt und da brennt halt das Feuer nicht so. Und wenn die Presse auch immer so wenig macht, da ist halt einfach zu wenig Reibung, dass der Verein mal weiterkommt. Und wie gesagt, es waren auch, glaube ich, letztens mal irgendwie Namen wie Simon Rolfes oder so, mal als Überlegung für den Manager. Ihr wisst doch auch alle, dass es ein abgekartetes Spiel ist. Ja, jetzt werden die irgendwie so ein bisschen lanciert, dass man mal so nach außen der Meinung ist, ah, Werder Bremen kümmert sich wirklich um zehn Leute. Ja, wahrscheinlich haben die sich mal unterhalten, wenn die sich jetzt hier treffen. Also so ist das Spiel. Simon Rolfes kommt ja jetzt quasi nächste Woche. Ja, was er essen will oder so. Und das ist dann das Gespräch über Perspektive hier bei Werder Bremen. Also totaler Unsinn wieder. Warum sollte ein Kröscher oder ein Rolfes bei den Erfolgen, die sie gab, dann jetzt bei Werder Bremen gehen? Also wie gesagt, da muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, das ist natürlich Träumerei. Und nochmal 199 Anwesende. Ich habe die Zahl jetzt, glaube ich, schon das 27. Mal gefühlt gesagt. Oder ich bin einfach nur enttäuscht darüber. Ich wohne in Dortmund. Also wenn ich in Bremen wären würde, wäre das für mich als Mitglied definitiv eine Veranstaltung, wo ich hingehen muss, weil ich da ja auch was zu sagen habe. Und so weiter und so fort. Das ist für mich total enttäuschend. Und ich mache jetzt mal ein Seitenhieb auf. TSG Hoffenheim hat wahrscheinlich nur 300 Mitglieder. Bei der Jahreshauptversammlung sind aber 250 da. Und dann sollte sich Werder Bremen mal hinterfragen, was da los ist. Genau, das ist ja schon eine richtig gute Aussage von dir. Ja, und da muss man einfach mal gucken, wie es halt hier weitergeht. Aber Reichenstellung ist halt schwierig. Ja, das ist so. So, ansonsten, Skupf, weiß ich gar nicht, ob wir noch weitere große Themen haben. Ich glaube, für den Moment war es das jetzt eigentlich schon. Also man kann jetzt noch sagen, ein klein bisschen Disput zwischen Wiese und Werder. Es ist wohl der erste Tag jetzt hier der Prozessverhandlungen gestartet. Ansonsten wird noch der Gästebereich, soll jetzt bald verlegt werden, nach unten. Genau. Und ansonsten haben wir eigentlich die meisten Themen halt durch. Heute ist, wie gesagt, auch wieder trainingsfrei. Oder die haben ja sowieso Urlaub die ganze Zeit, wenn die nicht mal zur Mitgliederversammlung dann kommen. Ja, da könnt ihr gerne auch mal was zu reinschreiben. Und ansonsten warten wir darauf, dass Dux jetzt beim DFB auch mal ein paar Tore schießt, oder? Ja, eine positive Sache haben wir noch vergessen. Der erste Länderspieltor von Milos Veljkovic für Serbien, auf jeden Fall. Die haben sich ja für die M direkt qualifiziert, am gestrigen Tage, glaube ich, von Veljkovic mit dem ersten Länderspieltor. Das freut einen, Werder finde natürlich auch. Das ist, glaube ich, noch was wir für die News vergessen haben. Ja, das sage ich, ja. Auf jeden Fall auch positiv. Und ja, dann würde ich sagen, Scoop überlegt sich noch einen Rausschmeißer. Ich kann euch schon mal eine schöne Woche wünschen. Und wir hören uns ja dann aber auch schon gleich wieder, am Ende der Woche, ne? So, dann ist es ja gar nicht mehr her. Ich bin ja noch am Träumen, denke jetzt, die Länderspielpause ist die ganze Zeit. Das ist natürlich Unsinn. Das sind jetzt ja nur noch fünf Tage. Dann ist ja schon wieder quasi Spieltag. Von daher ist das jetzt einfach ein lockerer Auftakt hier gewesen von uns. Und dann kommen die harten Fakten. Da kommt der längste Zettel aller Zeiten. Xabi Alonsos Rekorde. Dann werden wir natürlich mal sehen, wie Werder Bremen auch mal ganz geschmeidig die 3 zu 2 Leverkusen aus dem Stadion fegt. Und dazu dann mehr Ende der Woche. Macht's gut. Scoop, bitte den Rausschmeißer. Der Rausschmeißer, also eine, zwei Wochen hintereinander, ohne einen Werder-Spieler live zu sehen, geht natürlich nicht. Jungs, ich fahre morgen zur U21 nach Essen. Ist ja hier ganz nah an Dortmund dran. Ich hoffe natürlich, dass ich den Woltemar dann morgen sehe, dass er Einsatzzeiten bekommt. Da werde ich morgen live im Stadion sein und dann nach Hause fahren und dann das Länderspiel vom Duxch sehen in Österreich. Und da ist ja auch wieder zwei Werder-Kandidaten. Duxch für Deutschland und Romano-Spiel für Österreich. Also morgen ist doch schon wieder ein halber Werder-Tag, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß. Vorbei am Weserstrand Auf geht's ins Stadion Wir wollen Werder sehen Heute geht alle grün Werder Schal Bremer Bier Die Ostkurve vibriert Das weh auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen Femm bis ins Osterdeich Werder Bremen Grün-Weiße Fahnen Overall Viele stehen zusammen Als Green White Wonderwall Viel haben wir erlebt Wo der Fluss den Bogen macht Und unser Stadion strahlt In seiner Pracht Weser Wunder Liga 2 Doch der zwölfte Mann Bleiben wir Ein Weh auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen And this is Osterdeich Werder Bremen Grün-Weiße Fahnen Overall Wir stehen zusammen Als Green White Wonderwalls Hier wo die Weser fließt Weht ein besonderer Wind Durch unser Haus Egal ob jung oder bald Wir stehen zu Werder Bremen Und das hört nie auf Meisterschaften und Pokal Das Dubel 20-4 Auf geht's zu neuen Wundern Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen And this is Osterdeich Werder Bremen Grün-Weiße Fahnen Overall Wir stehen zusammen Werder Green White Wonderwall Werder Bremen Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen And this is Osterdeich Werder Bremen Grün-Weiße Fahnen Overall Wir stehen zusammen Wir stehen zusammen Werder Bremen Green White Wonderwall Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen And this is Osterdeich Werder Bremen Grün-Weiße Fahnen Overall Wir stehen zusammen Werder Bremen Green White Wonderwall Green White Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.